Hi, ich bin David von Royal Ego, Urban Rebel Society. Unser Männerschmuck-Label geht am 1. Oktober live. Dann natürlich auch ab Oktober das volle Interview mit mir über meine Kollektion, über mein Label bei Monaco Deluxe. Ja, das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie immer Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen, Feedback, Wünsche gerne in die Kommentare. Und folgt uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Und natürlich abonniert uns. Hier einfach auf den Button klicken, damit wir auch in Zukunft tolle Videos für euch machen können.